Ja, Estef will mit mir reden, Estef will mit mir reden. Jetzt bin ich hier der Assi, der Acht-Connection, ich merk schon. Alles in meinen Regeln, was in einer etwas unjugendlichen Sprache ausgeführt wurde. Party, hab ich gesehen? Diesmal Oli, bitte. Hab ich schon. Achso, eins hab ich jetzt noch. Und zwar Callouts, lauter. Gerade für die Leute, die eben mit Turtle Beach und so weiter zocken. Ja, das ist ganz wichtig, damit wir die Callouts sogar auch hören, aber eben auch das Spielgeschehen. Ich hab jetzt teilweise sehr oft, musste ich die Party einfach lauter machen, damit ich eure Callouts höre. Deshalb versucht das wirklich nochmal ein bisschen lauter zu sagen. Jetzt nicht reinschreien wie Chris bei FCG, Grüße gehen raus. Also nicht so, dass es die Nachbarn aus zwei Kilometern vor Entfernung aus einem anderen Dorf mitkriegen, aber halt ein bisschen lauter. Ich hab keine Nachbarn. Ich kann prüfen. Du bist im Keller aufgewachsen, oder? Ich wohne im Wald. Nice. Das ist aber unheimlich so. Ne Hütte im Wald. So, wir sind, äh, also wir werden den Alternativ-Spawn 1 bekommen. Äh, Anfang-Spawn 1. Durch meine Meinung, das heißt Burak. Genau, Burak, weißt du wohin, ne? Da außen auf diese, wenn wir A hingenommen haben, außen zu den, zu den Holzdingern da, da schon mal gucken, dass keiner von C außen kommt. Ähm, und ich geh dann mit über, über die Häuser zu B rein und versuch ein paar Leute abzufahren. Scheiße, ich muss auf Toilette. Bis spät. Oh, ey. Wie, wie bei so kleinen Kindern. Wer muss jetzt noch... Wollte ich mal, ich wollte gerade sagen, wenn du losst, ist in Urlaub. Musst du nicht aufs Klo? Ne, ne. Oh, ich muss aufs Klo. Zehn Minuten später, ich muss aufs Klo. Wo ist die nächste Tank? So, auf geht's, GG. Jo, GG. Cool Spiel. Los geht's. Denkt dann gleich Headlitch ein, oder? Meiner ist schon außen. B oben. B oben. Ist schon oben, ja. Äh, egal, 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 warte, warte, warte. Einer ist schon hier. Oben, B oben drinnen. Ah, wir haben die Überhand. Ja, ja. Hab ich bei B oben. Ich brauche noch. B ist auf, zu B. Warte. Ich mach außen, Gang. Schau links, Maddy, schau rechts. Schau links. Ja. Hopp. No. Oh, da oben, zwei Stück. Verteidig auch ein bisschen. Doch, was kommt mir hin? Ich frage dich. Doch. Doch, was hinten. Bin bei dir, Niklas. Ich geh auf die vier C. Ja, da ist noch was, Achtung. Ja, ich komme einen Moment. Nee, ist frei. Ja, bei mir ist noch einer. Ich guck grad, wo der ist. Ah, wie, nein. Komm her aus. Lauf in C, schnell. Na gut. Ah, bei mir. Ja. Ja, ja. Lauf in C, schnell. Lauf in C. Komm hinten rum. Einen durch, Richtung B. Ich spanne nach, sobald es geht. Brenner Panzer, einer. Ich schau wieder links. Oder nein, ich schau rechts. Was ist bei dir, Mary? Kann mich kurz einen holen? Oh, scharf hab ich. Und, da kommt noch. Oh, jetzt haben wir nicht spangen. Ja, wir müssen nicht auf die anderen Flaggen. Naja. Ich stehe auf C. D ist safe. Komm mal voran. Kommt von C zu B. Hab ihn, hab ihn. Unsere Befehle fällt. Asborn, Asborn, zwei. Hier, man, erste Hilfe. Ich geh. Ich geh auf C. Max, 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 Max. Ja, ich bleibe da. Ich bin quick, eigentlich. Ich mach C, Asborn. Asborn, zwei, auf der Strasse. Ja, ja, ja. Ah. Darkroom. Warte, rein. Warte. 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 Hab ihn. Ah, nee. Darkroom. Hab ihn, hab ihn. Ich drück mit B. Bin noch drin. Wenn du gehst zu C. Ja, hab ihn. Ja, C. Hab ihn, hab ihn. Okay, hab ihn. Komm, treffer noch was. Markus. Habe ich, beide. Sie ist frei. Erste Hilfe, nimm schon. Genau, wegfahren. Achtung. Kommen die Leute draussen rum, zu C. Zu B. Oh. Erste Hilfe, greif zu, Mann. Ah, schlechtes Leben. Wir sind bei A. Sturm kommt. Sturm hab ich. Was ist da Richtung C unterwegs? Unsen. Kleines Haus. Ja. Ja, er hat da hin. Habe ihn. Er weh jetzt. Ah, klar. Ja, fahr. Ich bin bei dir, Niklas. Oh, Gott. Ja, der ist gleich C. Spann bei B nach. Ah. 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 Fuck. Da sind viele nachgespawnt. Da sind viele nachgespawnt. Da sind viele nachgespawnt. Ich komm zu dir, Mary. Jo. Ach. Da ist er da. Ich hab ja seine Seiten. Ab ihm. Hier, er ist der Hilfe. Irgendwo hinter uns. Mauerhaus oben. Ein auf C bei mir, Nasporn. Bei C sonst. Ja, bin da. Ne, mach Zufall. Hier ist noch was vor C. Hab was spawnen. Sehr gut. Dann auch bei Mary Nasporn. Bei A Nasporn, alle bei A. Na, haben wir schon bei C. Rechts rum, rechts. Von wo aus? Ah, von, von Biergarten. C, ist einer da. Halt. Also Anfangsborn. Hab ich. Einen hab ich. Ist schon einer bei A kriegt auch Mariko? Ah. Ich brauch Hilfe auf C. Du bist verletzt. Ich seh mir das an. Wir leben da, leben da. Verliere ich. Ah, zwei. Zwei bei meiner Ex. Einer low. B drin. Ach. Wegen Chico bei B. Vorsicht, Vorsicht. Überall um uns rum. Ja, einer ist vorgarten. Ah, fuck. Hat mich. Ich werf dir gerade aus, hä? Hier! Erste Hilfe! Hier! Erste Hilfe! Hier! 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 Ich komm zu dir, Niklas. Ich komm zu dir, Niklas. Ich komm zu dir, Niklas. Ja. Ist nur einer hier bei C. Ah. Es sind zwei gefahren. Ja. Kommen die beiden auf B. Ah. Kommt B nicht spawnen. Oh, der hat C. Oh, der hat C aus Vordach. Ich glaub ich wieder. Schlag erst. Ah, zwei bei B oben. Okay, ich mach bei B. Einer B oben. Dann bin ich immer noch unten. Einer kommt zu C. Boah. B. Kommen wir zu C, aussen. Ah, ist los. Noch einer bei B drin in der Flag. Einer noch auf C. Ich seh nichts. Ah, ich hab Expon. Ah, noch mal drei. Wir brauchen die andere Flanks mehr. Ja. 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 Komm, wir fahren. Murak, machen wir schon mal einen Außenplank zu C bitte. Das Ziel verteidigen. Ich geh schon was auf A gleich. Ich zieh B. Okay. Ich kann einen anderen drauf machen. Ah, fein gleich noch bei A. Brenner Panzer. Ah, komm. Scheiße, der Sturmbayer. Summieren jemand? Ah, der ist auf der Flag. Beim Brennen in den Hauser... Brennen in den Panzer oben drin. Ich glaub, es hangelt nicht. Ah. Ach, scheiße. Nice. Ich hab X vorn. Hab mich auch schon wieder bei A. Naja. Ich auch. Ich hab' noch. Ist vermerkend aus. Erste Hilfe! Da, Groen Spiel außen zu A Na, Bengeltrikot noch vor Geht bei A rein Ja Für dich Kamerad Er ist für Hilfe Auf den Pflege Die holen mich Puschen mich Ich hab keine Ahnung, Zufallsbar Stone eben Richtung C Ich bin auf C, ja Zwei auf A Nee, der Wut Schuss Raus, Männer Oben ein kleines Haus Ja Er bin nicht Ich komm zu dir Niklas Nimm A ein, ich geh schon mal weiter zu B Ja, ich geh rein Der Feind hält jetzt alles wieder, komm Kommt schon im Strasse Richtung B Kommt hinten, ja Hab ich Habe ein Sturm Sturm hab ich Auf A schon, ja Ich bin bei B Erobert das Ziel dort Ah, der gekranzt aus dem Alarm Hab ich, hab ich Suicide Ja Und auch noch B Nee, zwei, zwei, drei auf C Drei auf C Müsste die A bekommen Der Feind hat die Oberhand Ah, Fisi Montana auf C Runden, Strasse A Runden, Strasse A Stony bei B Fuurgarten Stony, komm Ich bin A wieder außen Ich bin A wieder außen Sie A C Hab ein bei C Kommt zwei Krippe Drei Insgesamt Ah, hat mich Ah, mich auch That shot, fuck Ja gut, dann müssen wir jetzt die Linie aufbauen Schnell bei B rein Nee, ist frei, wir dürfen nicht spawnen In hinten rum zu A Ich bin C Ab zwei Halt Halt Das ruft auch aus Da bin ich außen zu A Ich geh ganz außen Ja C bei der Flag Boah, C ist voll C kann ins Haus oben Ja, haltet, haltet, haltet Nicht zu schnell Hab ein Ist aber noch was Und ich hab da Boah, Martin Ja, da kommt schon einer zurück Da haben wir noch gar nicht weiter gesündet. 3 auf B. HB nach C. Noch einer. B nach Spunnen skippt. Da im Haus hinter dir. Slowstar drin. Ja, B oben. Ich geh rum. Rolat ist raus. Kämpfe runter. Es sind 2, 3. Nächst vorn. Dann schnell die Flaggen rein. Nimm zu mir. Klaus. Ich geh zu B rein. Einer noch auf der Straße. Ah, ja. Einer frei. Einer frei. Wir müssen jetzt eigentlich bei B reinkommen. Ah, ich hab noch einen C-Spot. Oha. Bin da auf B. Oder zu C. Ich komm zu dir Niklas. Nein. Direkt bei uns. Unterer Daumen. C. Ja, C aus oben auch. Ja, hab ich einen. Oben noch auf dem Vordach. Hab ich. Gefahr. Fass. Halt. Oh, nein. Nein. Die anderen. Du hast einen Lernpfeuer. Ah, unten. Ganz hoch. Stürzt bei euch. Hab ich. Aber. Boah, vorraten Hedlitz, kommen zu C, können der Panzer. Robin. 2 Mal noch C. 2. Nein. Nein. Oh, sch... 1 geht in dem Kleinhardt. Flägt sie. Hier unten. Alles. Okay. Gibt es noch einer irgendwo? Braucht jemand erste Hilfe? Geht jemand? Oh, ne. Einen hab ich. Nein! Gerade über den Flägen. Was ist weg? Ah, f**k. Bin down. Doch nur 2. Ach, die kommen zu mir hier. Die kommen zu mir hier. Spawn, spawn, spawn. Ja, ah, f**k. Oh, Mann. Ja, wir bekommen aber auch mal X-Born. Wir bekommen jedes Mal diesen scheiß X-Born dahinten, weil wir B halten. Nein. Hör schon nicht. Die kommen aus. Die sind aus. Ja, wir haben auch mit drin. Ja. Ja, dann lieber bei Mary oder bei Postbode. Ist schon was bei C? Ah, ne. Drei Leute für B. Ich habe ihn auf B, der ist safe. Ich habe ihn auf gesehen. Nein! Kommen zwei zu Vorgarten. Noch einer in Darkroom. Sturm. Einer ist oben B. Bei A drin. Ja, ich komme. Komm schon, Prezi. Zwei, drei, A. Haben. Na ja, wir machen dann aus dem Rechten. Ich habe noch einen bei A. Ja, was mir aufgefallen ist, hätte ich mir eigentlich schon früher aufgefallen müssen. Also allgemein, wenn wir zugemacht haben, haben wir es schon ganz gut gemacht. Aber das Problem ist, wenn wir uns zu sehr auf B versteifen und A und C dann nicht haben, dann kriegen wir immer diesen alternativen Spawn. Der ist so abgeschnitten. Das heißt, ich hätte gesagt, dass wir uns wirklich mehr darauf konzentrieren, nicht B zu halten. Beziehungsweise wenn wir gucken, wir haben nur eine Flagge oder wenn wir sagen, eine absolute Heimflagge, dann sollte das wirklich nicht B sein, sondern dann sollten wir eventuell gucken, dass das A oder C ist. Ähm, weil wenn du dann, wenn du dann diese Flagge nämlich verlierst, dann kriegst du wenigstens ein A oder ein C Spawn. Und von da aus ist es dann deutlich leichter, in eine Flagge reinzukommen, als von einer Alternativspawn aus. Also die, ähm, die Runde hat jetzt auch, das waren jetzt eben nur diese beiden, das sind jetzt eben nur die großen beiden Triple Caps gewesen, die das Spiel jetzt so deutlich gemacht haben. Ähm, das heißt, wir sollten doch gucken, dass wir, ähm, C und A halten und von da aus dann pushen. Ja. Ja, genau. Ähm, das heißt, ich hätte jetzt einen kurzen Taktik-Switch gesagt, ist ja eh nur ein Funmatch, muss man ja ausprobieren. Ich hätte jetzt mal gesagt, Burak nimmt weiterhin da beim Expon die, die Stellung ein. Und, ähm, dann hätte ich gesagt allgemein, dass wir gucken, ähm, ich O, äh, beziehungsweise Lukas und, ähm, ich zusammen auf C, Mary und, äh, Max A. Und dass wir versuchen dann, wenn wir eben durch diesen alternativen Spawn haben, gleich am Anfang, ähm, hätte ich gesagt. Also wir haben ja jetzt, warte mal, ich überleg mal gerade, genau, wir haben jetzt den Türkensporn, ähm, Biergarten, von wo wir vorhin als erstes besprochen haben. Lasst uns jetzt mal Folgendes machen. Ähm, ich gehe mit, äh, mit Lukas bei C rein, ähm, und gehen in die Headlitches Richtung B. Das heißt, gehen gar nicht in den Push. Mary und, äh, Max, ihr beide geht ganz außen zu A, und zwar ganz außen. Ähm, Burak geht schon mal durch den, genau, Burak geht schon mal durch den, durch die Häuser alternativ, äh, zu dem Alternativ-Spawn und versucht da auch die Leute Richtung B abzufangen. Das heißt, keiner geht jetzt mal bei B rein. Keiner. Gut. Ja. Ja. Okay. Problem aus. Der Weg wird jetzt lange dauern, von, von, äh, äh, von, von Dings zu A aus, das ist klar. Ja. Wir probieren einfach aus. Ja. Ja. Wie gesagt, Burak mit unterstützen, dass wir die Leute abfahren, die zu, zu, zu C wollen, von B. Auch auf die Außen, da müssen wir auch aufpassen, die werden ja auch von dem Alternativ-Spawn gleich zu C. B wollen. Was gibt's da jetzt? Ja. Ich geh in ein kleines Haus vorne. Ja, okay, ich geh. Exporten. Komm schon über Exporten. Magen. Exporten zwei, exporten zwei. Ja, sind schon da. Ich warte, bis sie angenommen haben. Warte, bleib denn unten im Haus. Gut rein. Sturm sollte an der Sichtweite. Sturm kommt Richtung B. Wir müssen das Ziel erobern. Wir haben mich auf C. Ja, mich auch. Zwilling, Mary. Ja. Dann, ähm, bei Dings, bei Blinks, Mars bomb bei Burak, dann bei B rein. Ja, zwei. Zwei Zwilling. Da war ja hinten. Ja. Gut. Schnell. Robin, noch keiner hinten, Box. Was? Hier. Wer hat? Du bist verletzt. Ich seh mir das an. Herr Oma hat das Ziel! Ah fuck. Gegenüber vom Marktplatz. Erich geht da rauf. FC geht. Bei dir Niklas. Wir sind schon bei B oben. Maddy die Kampfer war. Ja okay, jetzt können wir es ja wie gesagt machen. Ist schon was C? Ich bin auf B. Jemand zu mir, zu mir, zu mir. Wir Garten. In den Biergarten. Wo wir gerade eben gespawnt sind. Haben wir raus. Haben sie. Ist das eine Treppe? Nein, wie? Ist fast tot Lukas. Okay. Vor dir Niklas. Hab ihn Lukas. Boah. Nee vor uns da. Ja. Aus dem X vorn kommen sie zu C. Hab ihn. Hab zwei. Noch einer. Ja. Gut, dann sagt er drin. Gleich jemand ganz rechts. Ganz links. Ja. Wir sind schon drin, es ist nur einer bisher. Zwei. Hab ihn. Oh, sie. Ah, einer noch oben. Oh, was verdammt jetzt hier? Hab ich noch was? Da, ne, oben. Und bei C. Hab Jossi. Nice. Nice, Lukas. Zwilling, ja. Oder nicht? Ah, hier oben. Gar nicht. Keine Chance. B oben hab ich. Jetzt bei B rein, jetzt bei B. Zwei mehr. Nein, das ist die Automatik hier oben. Ganz low. Hab ihn, hab sie. Ja, siehst du. Wir haben das Ziel verloren. Ein Mox. Sehr gut, sehr gut. Hab sie alle. Es kostet. Achtung, die wollen außen. Die wollen außen. Der macht einen Spawn auf. Drei, drei. Drei, drei. Der Automatiko hab ich, sind noch zwei. Einer geht außen, C. Einer geht außen, C. Was? Hab ich's vornehmen, du weißt was. Wir haben es auf unser Tierland. Boah. Hab noch einen bei B. Okay. Ach, so fast. Vorgarten, kommt hoch. Treppe. Zwei Vorgarten, eine Treppe. Vorgarten hab ich einen. Treppe kommt nach dem Sturm. Automatiko hab ich auch. Nice. Und jemand gleich ganz rechts und jemand ganz links. Lass dich nicht durch. Komm schon rein bei B, sind schon drin. Ja, ich komm. Vorgarten, Vorgarten. Hab ich einen. Stone ist bei dir. Na, Automatiko low bei meiner Ex. Ja. Ah, fuck. Hab ich, hab ich. Sehr gut. Oh, nee. Ups, sorry. Manni. Gibt's mal einer irgendwie außen zu A. Ja, schön am Weg. Ah. Komm zu C. Komm Deck spawnen. Einen hab ich im C-Push. Sehr gut, guck das. Äh, im Headlitch bei dem Wagen. Bei dem B. Ah, fuck hat mich. Hab ich, hab ich. Oh Gott, was für ein Schwabbel, ey. Chisi Montana hat 1%, ist jetzt bei C. Kommt jetzt kein Typ. Ja, das ist auch mein Fehler, ey. Oh Gott, was ist das denn? Ja. Wetter. So. Hab Alternative spawnen. Und dem Nächsten, der stirbt auch nicht. Fabin. Weiter, weiter, weiter. Sehr gut. Hinten rücken. Hinten rücken. Hinten rücken. Hinten rücken. Ah, ist das gut. Ah, ist das gut. Ah, ich glaub sie. Noch jemand erst für Hilfe. Ah, da passt. Einen Haust da, bei mir. Ach, Asporn. Einen hab ich. Granat fest raus. Hinten rücken. Ist noch einer drin. Ja. Zwei noch drin. Okay, dann B. Hinten rücken. 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 Auf C besiegt. Hinten rücken. Hinten rücken. Äh, vom Brennpanzer zu B. Kommt hier bei mir. Darkroom. Hab ein. B oben. Äh, hab mich. B vor Garten. Äh, ja. Kein Spawn bei B immer noch nicht. Gut. Da. Kommt zu C. Hinten rücken. Okay, zu A. Hab einen bei B. A. Du bist safe. Hab ich bei B. Äh, noch was. Da bin wir noch auf C schon. Hab beide, hab beide. B ist safe. Ich bin nur noch auf C. Ja, sehr gut. Okay, bin bei B. Headless Position nehme ich ein. Komm schon. Das zu A. Hab einen, hab einen. Hab einen. Hinten rücken. Ja, sehr gut. Hab einen, hab einen. Hinten rücken. Weiter, ja. Bist du verletzt? Kommt was Treppe vor. Hinten rücken. Hinten rücken. Ja, hier ist einer abgestellt. Hinten rücken lassen. Ja, die bei ihr. Gut. Ja, gut. Hinten rücken. Ja, vor. Ah, ja. Ne Automatikus in den Haus drin. Was? Bin nach vorne. Tog dein Leitnern. Einer kommt schon zu A. Ja. Unten rum, Max. Ja, hier über. Zwillingspfeil. Erst für Hilfe. Hab ich. Juhu. 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 C stellen die ab. Ja, mach zu, mach zu. Nicht pushen. Nicht pushen. Juhu. Juhu. Ja, Kriegzeit. Sauber. Sehr gut. Automatico brennende Panzer. Ja. Der ist noch im Haus vor dir. Der ist low. 2 zu B. 2 zu B. DPO. 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 Aufs Matido hab ich. Ah, Elspong hat mich. Komm jetzt bei B rein. Ja, komm zu mir. Spong bei mir. Auf jeden Fall zwei X-Bone. Juhu. Oh, fuck. Ja, ich komm mit. Mach zu A. Mach zu C. Beine komm zu A. X-Bone. Flos rechts. Äh. Einer. Sanitäter. A, Spaß. Dann hab ich fest. Hab einen, hab einen bei A. Kommt schon was auf C. Drück zum C. Du bist verletzt. Ich kann dir helfen. Hier. Erste Hilfe. Geht hoch. Geht hoch. C. Kleines Haus U. Ah. Wir sind schon bei A. Wir sind schon bei A. Ich hab hier Sanitäter. Ich hab hier Sanitäter. Flage. Ich bin auf A. Hol die Flagge. Ich komm Lukas. Hab einen bei A. Nein. Habe ihn hin auf den X. Habe ihn, habe ihn. Ich hab einen Auspawn. Ja, da bist du. Ich seh mir die Wunde an. Geht rechts links. Geht so weh. Boah. Komm von links rein. Da bist du schon. Ich noch was. Mehr im Lager. Ja, ja. Schon wieder bei A. Ja, hab mich Stoney natürlich. Einer kommt ganz links. Ganz links hier. Um jeden Preis zu halten. Ein auf C. Da. Geht mich. Na, oben, oben und unten. Ja. Ja. Doch, mal was gekrümmt. Okay. Schon auspawn? Zwei. Oh Gott, das ist auch nicht schlecht. Oh Gott, das ist auch nicht schlecht. Und zu dir, Mary. Ja. Jetzt haben wir verschiedene Spawns bekommen. War ein bisschen doof. Oben ein kleines Haus. Erzähl, vergreif zu, Mann! Ich bin bei B drin. Ich bin bei B drin. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Nein, ich habe ihn. Nein, ich habe ihn. Nein, ich gehe außen zu A. Ja, ich gehe außen zu A. Ja, ich gehe außen zu A. Können die alle weg da? Der Letzte? Ja, der B am Schluss mit B da war. Ah, B vorgarten. Nachspawn, nachspawn. Nachspawn, nachspawn. Die Kette gesichtet! B er unten. Wird schon Wasser vor. Hinten hoch. Alternativspawn A, ja. Ab einem. Ab welchem rechten Zwillingshaus? Bei A. C, bitte. Bei mir spawnen C. Stay safe im Moment. Stay safe noch bei A. Zwei. Angehiftet. Zwei bei A. Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Es ist noch einer. Zwei Leben bei unten. Kommt, kommt. Boah, Cheesy Montana, Alter. Wie schnell drückt der denn, ey. Hab ihn. Ich weiß nicht, dass er die Väter gesichtet ist. Hier oben. Nein. Nein. Äh. Okay, dann bei B. Schnell rein. Ja. Neuigkeit. Ah, zwei bei dem. Starten. Nein, Mann. Ich krieg immer nur einen, ey. Scheißpawn. Aber die sind. Ähm. Verteidig. Verteidig zu C. Ja, ich bin auf C. Ja, ich bin auf C. Wird jetzt aber die unten im Haus? Ja, ich weiß nicht die Schlüssel droppen. Äh, ne. Ah, gut. Okay. Gerade eben, hatte ich so viel geschwäst. So, hinter B. Achter, B. B! C! Er geht spät! Oh, komm! Wo, wo, wo? Er geht in Startroom! Vorsicht jetzt! Zwei und B! Einen kommt gerade noch C, zwei oben C! Ah, beide bei B! Wir müssen das Ziel um jeden Preis halten! Wir müssen das Ziel um jeden Preis halten! Löstentür! Ah, ist was! Mach wieder, ja! Ja, ich bin da! Ich bin da! Bye! Oh, auf den Dorn! Hinter dir im Ring! Nein, glaub ich! Ah, das gibt's nicht! Nein, okay! Äh, 14 Prozent! Weg, Spawn! Ja, das ist jetzt die Gefahr mit diesem Scheiß-Alten-Alten-Alten-Sporn! Das ist ein B-Alter! Ja, ich bin... Wir sind auch gleich bei C drin! Ja, ich bin bei C! Ich bin bei C! Ich bin bei C! Ich bin bei C! Ja, ist schon weg! Was kommt C nach Spawn? Gehen ins Haus rein, sind im Haus drin! Ah, ich bin bei C! Da ist C! Da ist C! Ich krieg dich wieder hin! Ich bin bei C! Sturm hab ich! Ah! Ah! Automatiko hab ich bei C! Ah! 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 Gleich die V! Fokus! Ah, jetzt sind sie schon wieder hier oben! Ja, wir müssen halt einfach viel schneller auf die Flanken drauf! Wir haben das jetzt schon wieder verkackt! Lachen! Ach ... Ich bin A drin! Ich bin auf B! Bitte auf die Spawn B! Das Ziel dort! 1B Karten auf Platz Die Treppe hoch Leicht Am Vorkarten Unten Ah, ist Null Haus Richtung X-Bahn Ah, kommt hinter dir Ja, die kommen über X-Bahn, immer über die Häuser, die decken hier den Busch Jaja, schon die ganze Runde Stoff aus dem Zehen Über B drin, B-Safe soweit Ist schon einer Ja Noch 1B Komm auf C Hab ihn Habe ich Habe ich Habe ich Habe ich Ja, der ist nicht weit Ich mache den Spawn-Off Kommt, Spritz Gut, dann geht davon, geht davon, geht davon Hier ist die Granate Ah, automatisch Ich warte Habe ich Habe ich C Oben drin, C-Hoss Achtung, B fällt hinter uns Du bist zum letzten Mann Du bist zum letzten Mann Habe ich Habe ich Jetzt mal schon zu C zu Gut Ja, ich schnapp euch Ganz rechts Ganz rechts Ganz rechts Ganz rechts Habe ich Habe ich Habe ich Habe ich Habe ich Ich schick den nachher! Ich hab ihn oben! C zumachen! Ich bin ganz rechts! Ich bin ganz rechts! Dönerbruder habe ich! Kiosk! Habe ich! Ah gut, schon weg! Irgarten immer noch! Ganz außen kommt Sony! Komm rein! PUSH! Und das links! C ist sauber! Die gehen auf B zurück! Nein, die sind hier überall noch! Du hast dich wieder zusammenflecken! Warte, ich spawne bei B nach! Den habe ich! Den habe ich! Kommt ja hoch! B oben! C zu B! Ja, hau mich! B unten! Kleppe! Was tut! A geht! A geht! Einen habe ich! Drei Handeln! Stuhl! Drei Handeln! Drei Handeln! Einen, vier! Drei Handeln! Drei Handeln! Drei Handeln! Zu dir! Drei Handeln! Ah, vorgeartmet! Soll ich dich! Ja, jetzt... Kann ich nicht warten! Ah, ich bin nur noch nicht! Ja, ich bin nur noch geholfen! Scheisse! Ich hab sie H2 Strassen SPC aussen Na, ich hab mich Komm mal vor Nein Was ist das für ein Aim? Schon wieder da auf C Ich spawn auf Boah, 2 auf C, 4 auf C Musch, 2 auf 4 Ja Da auf C Hab mich Achtung, kommt ins Haus Ja, jetzt haben wir den Expo Wir haben jetzt die Schwierigkeit da ran Ja Nee, der Gruber hat nicht geholt Na gut Ok, aber die Runde war ja schon mal besser Ja Die Anfangstaktik, wie war die? Ja, gut Ja Also was mir, also Ja, was mir aufgefallen hat bei dieser Anfangstaktik Wenn wir das tatsächlich machen Ähm, dann Müssen wir zu dritt tatsächlich C Einfach abdecken Das heißt, wenn wir C Eingenommen haben Müssen zwei Einmal über Vordach Und das andere Vordach In den Expo Gucken, weil von da aus sind sie ja zu zweit gekommen Und haben dann direkt C gezogen Das konnte ich halt nicht alleine machen Ähm, das heißt, das müssten wir dann da einfach Das nächste Mal besser machen Und uns mal im Kopf behalten Und die anderen beiden dann, äh, wie gesagt Ähm, rüber zu A und das dann einnehmen Und dann eben diesen gemeinsamen Push da reingehen Ähm, was darin natürlich auch die Schwierigkeit ist Wenn sie dann nur B haben, kriegen sie ein Expo und können über alle, äh, können im Prinzip über alle Außenwege und so weiter Aber dann hat man, dann ist man früher bei B drin und hat eventuell ein Triple Cap Ja, äh, lass uns kurz Krieg und Buzzer besprechen Also ich hab ja beim letzten Mal C gespielt Würde ich wieder machen, wenn keiner weitergegen hat Und ich mich auf C aufhalte Wenn nur nicht, wenn sich noch einer zu mir gesellt Wir müssen halt, wir müssen halt echt gucken, dass wir immer, immer irgendwie ein A oder ein C spawnen Also C sollte schon wirklich die Heimflagge sein, weil Wenn du, wenn du ein B, wenn du B als Heimflagge nutzt oder A als Heimflagge nutzt Ist die Wahrscheinlichkeit einfach riesengroß, dass du so ein Kacksporn hinten bekommst Und dann bist du aus dem Spiel raus Ähm, ja, wenn die uns hier in B reindrücken, B spawnen, haben wir, äh, verkackt Penetriert, penetriert die richtig über den, über den, über den, über die C, äh, über C-Balkon und A-Balkon und so weiter Ähm, geht nicht ganz so oft über den Gang Und wenn ihr über den Gang geht, dann schmeißt da Nates bei A rein, wie es nur geht Wenn, das heißt, wenn wir in den A-Push gehen, ähm, wenn wir zum Beispiel C haben Muss einer am besten dann, zum Beispiel Burak bei C, ähm, irgendwie abgestellt sein oder sowas Und da auf den A, ähm, auf den A, ähm, auf den A-Balkon gucken Ja, kommt Burak mit zu mir auf C Ja, genau Okay Ähm, im Prinzip ist dann die letzte Flag, die wir einnehmen sollten, wäre dann B Aber wenn, äh, wir mal sehen, okay, wir kriegen irgendwie die beiden Flags nicht safe Dann, ähm, wenn man dann mal einen alternativen Spawn hat, dann geht man halt auch nochmal allein auf B Ja, also wir dürfen halt alle Flaggen nicht zu stark vernachlässigen Nächste Runde her lief schon mal mit dem A-M wieder ein bisschen besser, hoffe ich jetzt auch mal Ah, schade, okay Okay Ich lauf mit auf B, damit es im A genommen wird Gut, dann probier ich's mal auch, kurz auf C Ja, ich drück's jetzt mit zu C Nein, hab mich Kommt vor hier, A sei nach B Warte noch bei C Spawn auch bei C, nach spawn bei C Ich bin, bin, kommt vorne auf C Ja, gut, gut Hat mich bei A, hat mich bei A Ja 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 Ich bin bei dir Max Verteidig das Ziel Hau! 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 Auf C ist sie? Auf mich Hier ist ein Z zurück Ich dachte, im Ziel, ich verteidig das Hau! Hau! Ja Nein, ich schade Gang zu A in Richtung C. Spunnen bei Lukas nach. Bitte zurückkommen. Wir verteidigen das Ziel bis zum letzten Mann. Oh, C geht verloren. Er hat Hilfe, greif zu, Mann! Ach, Nebengang. Ah, fuck off. Warte. Warte gecrasht. Zum Dreck. Die haben überhaupt nicht gecheckt, dass sie A eingehen sollen. Chat war wirklich nicht. Ja, ist gut. Komm, A-Balkon. Greenfield. Nee, schlecht. C gang. Gang, ja, genau. Das ist bei C wieder. Ja, Sony wird spielt das Ding. Ja, das ist bei mir. Ah, nee. B. B. Versuche B zu verteidigen. Mach mal B. Sorry. Kommt im Gang. Ja, ich werde jetzt abgeladen. Scheiße. Geh schon mal weiter von B. Jetzt geht's. Nee, keine Scheiße. Ein C-Balkon. Hab einen im Ring, hab einen im Ring. Hab einen im Ring, hab einen im Ring. Ich hab ihn. Ich hab zwei. Nehm ich's bitte mit, Kamerad. Ich hab ihn nicht. Ich hab einen im Ring. Ich hab einen im Ring. Komm, ich hab einen. Komm, ich hab einen. Komm, ich hab einen raus. Ja. Einer nach links. Zwei. Ah, schau mal. Erste, Hälfte, greif zu! Erste, greif zu! Ich hab einen. Ja, der weg. Der ist weg. Der ist weg. Der ist weg. Der ist weg. Nice. Ja, nice. Halt mich kurz. Shut the peace. Zumachen, zumachen. Ja, das ist nach dem Weg. Guck nach dem Weg. Einer von Ring an. Einer von Ring an. Einer von Ring an. Ja, die hat mich gejagt. Ja, die hat mich gejagt. Ja, die hat mich gejagt. Ja, der Balkon kommt. Ich gebe ihn drauf. Hab ich. Schön. Spunny bei B nach. Sieh mir nicht. Ich versteh ihn. Ich versteh ihn gar nicht. Ja. Ab einem Ring. Oh, nee. Automatik hatte ich bei mir. Okay, mach zu, mach zu, mach zu. Wenn du muss C, äh, C mal kurz schnell. Ich geh jetzt mit C zurück. Ah, hab mich, hab mich schon im Ring. Ich bin vier. Oh, einer durch. So. Schnell zu mir. Feuer. Zwei. Ring eins. Schnell nach vorne, schnell nach vorne. Ja, nee. Da. Ja, mich. Okay, dann alle schnell nach vorne. Ja. Ja, holen. Nimmst dann gleich C-Bakon. Ich bin schon im Gang. Einen habe ich mit C. Okay. Ja. Zwei, aber mit C. Ich bin auf 10. Lauf weiter. Sehr gut. Zebra-Kon, hör dich was. Zebra-Kon. Ich weiß. Okay, gut. Und jetzt noch einer Zebra-Kon, liegt jetzt, liegt jetzt. Kommt da ab. Jetzt wahrscheinlich zu sein. Komm raus. Ah, ne? A-Balkon. Achtung! Naaah, hab ich auch, hab ich auch. Hat jemand respawn irgendwie, dass ich mal zu B komm? Nach Zufall? Nee. Oh, ich hab gesehen, Bracon. Okay, okay. Sturm in Röpfung. C, 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 C. Ähm, kann ich mehr zurück? In der Feste? Ja, warte. Da! Ich hab' den Sanitäter! Ich hab' den. Wir sind verletzt, ich kann die helfen. Ja, der, der wird. Ich hab' da einen. Weg! Einen, hab' ich! Ah, scheisse. Los, rein, 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 rein! Ah, vielleicht der Moment. Ich hab' den Ziel verteidigen! Ich hab' den Gang. Er ist ja von allen gekommen. Ich hab' den da gebacken. Ich hab' den auch gebacken. Ja, das haben wir schon ab. Ja, das haben wir schon ab. Ja, das haben wir schon ab. Was ist bei der Tür? C hab' ich. Kommt da noch was? Ja, dann da. Oh, spanna! Ah, scheisse. Macht Zufall. C, spanna! Das sind zu viele! Das sind zu viele! Das sind zu viele! Warte nach, warte nach! Hier, erste Hilfe! Ah, fuck! Fang! Grönner, grönner! Du brauchst aufpassen! Komm! Ja! Ich hab' sie! Ich seh' mir die Wunde an! Glück! Ja! Hier! Erste Hilfe für dich! Ja, genau! Ich hab' sie nicht mehr gehabt! Erste Hilfe! Ein Halbshot! Hinter euch, hinter euch! Auf einer! Sturm! 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 Und zwei! Wir müssen sie nehmen, sonst können wir direkt spawnen! Ah, scheisse! Falsch gespawnt! Ich hab' sie runter! Sturm, bitte, Flag! Ich zieh' den Weg, Frau Hilfe! Über B! Jo! Auf den Weg! Robin! Außen! Da ist noch ein Sturm! Hinter dir! Nein! Nein! Für dich, Kamerad! Er ist für Hilfe! Okay! So, ich push auf A! Einer ist auf C! Balkon! Er ist low! Ah, sie spawnen! Link zwei! C low! Ab den auf C! Kommt auf A! 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 Ja, was ist mehr glitch? Ja, das macht ganz gut! Der macht ganz gut! Zwei! Komm! Ich hab' ihn! Ich hab' ihn! Ein! Ah, nein! Ich versuche auf C! Ich bin da auch noch C! Da auch noch A! Auf der Flick direkt! Auf C! B macht's! Nach B! Nach B! Ah, Ziel dort! Herr Obern! C, Valkon! Gleich! Au! Ich hab' ihn auf die Granate! Ah, da habe ich mich bei B! Boah! Kriegen zwei! Bei C! Ja! Kommt auf A! 7C, Valkon! Ah, nein! C geht verloren! Zwei! Zwei sind drei! C, Valkon ist noch einer! Hab' ihn markiert! Kommt jetzt bei C rein! Ah! Die flippen bis 12! Ja, eigentlich hab' mich im Tod! Kommt! Zwei! Backon! Ah, das A! 10! Oh mein Gott! Ja, schön! Ist weg! Kommt wieder was K! Bei C! Komm! Komm! Schon bei C! Oh, Mann! Das hier! Oh, nee! Oh, 10! Ja! Abauten! Erobert das Ziel dort! Erobert das Ziel dort! Oh! 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 Schade! Ja! Ich treffe überhaupt nichts heute! Ah! Ah, Mann! Haben! Haben! Nein! Kommt wieder was! Oh, nein! 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 Tornata ist raus! Kämpfe runter! Boah! Frieb dir vorsichtig! Hinterfall! Geht, hinterfall! Ja! Nee! Ding 1! Oder bei der Tür bei, ja? Ja! Ja! Hab' ich! Was machen! Ja! Ah ja! Boah! Noch jemand der fehlt. Ja! Sichtig! Aja! Ich bin C! Bei mir ist zwar ein C! Bin da. Ah, Versorgung hat mich! Jaa! Dann bist du nicht gefötet! Ah! Ah! Kati farmt ab. PS-Parm. Ja, jetzt müssen wir schnell machen. Einer schon beim B drin. Zwei. 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 Hör auf! Hör auf! Sorge, ist weg, Baby. Sturm bei B, ja. C ist was. Ja, zwei. Zwei auf C. Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Neu! Wir müssen das Ziel um jeden Preis halten! Hör auf! Zier war nach oben! Zier war nach oben, glaube ich, ja. Ach, C geht zu blöd. Ja, ach, da. Geh mal weiter, Zier war. Zier war nicht krass. Zier war nicht krass. Zier war nicht krass. Er ist Hilfe, gibt schon. Warte, ich bin gerade krass. Zier war nicht krass. Ich musste erst nach Abflügel dran treffen. Feuer wieder drücken. Zier war nicht krass. Komm, wir steigen los. Hab ihn, hab ihn. Ja. Aber was? Keiner. Ja, klar. Ist okay. Das ist safe. Die sind heute auch. Wir haben gleich Zier war von K. Erste Hilfe! Ich hoffe, das Zeug nützt was. Hier, hier habt ihr Hilfe. Schönen Gang. Ja. Ja. Ach, nee. Entsturben. Geht direkt bei ja. Ja, Sturben ist los. Komm, noch eine Achtung. Zu mir. Ich werfe der Granate auf, passen! Steht nach. Hab ihn. Hier, erste Hilfe! Ja, noch was. Ja, noch was. Komm, noch was. Was ist auf jeden Fall? Ja. Zwei. Ja, jetzt hab ich den Babys gebraucht. Kommt schon über den Gang. Einer kommt über den Gang. Einer ist in den Ring bei dir. Ja, über den Gang. Ja, über den Gang, ja. Sie spawnen. Erste Hilfe! Nimm schon! Wir haben das Ziel da oben! Der Feuch hat versagt! Ach, abhambten! Schau! WG wird verloren gehen. Es ist noch einer. Ja, hab mich beide bei S3. So, aber Niklas. Ja, Bauschka-Lappensbaum. Ihn spielt. Halt noch. Halt noch. Oh, wie. Wahhh, hinter der F gefragt. Hinter C! highlight mine Hinten irgendwo. Ok, hab ich! Ok. Du,ичst, du,ичst enqu´s Republic! Mathc-ampa. Grapp schon ab und dann wieder. Nein! Er ist safe! Der war jetzt tief, ist ganz slow! 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 Nein! Auf! Der war jetzt tief! Damit kommt sie auf die Beine! Das war jetzt schlecht! Ah, weiß ich nicht! Ich hab ihn, hab ihn! Aber jetzt noch... Auf meine Ex, drei Stück! Nicht nachspawn! Gut! Ich weiß nicht, wer hat mich hier gesichtet! Nein, das ist schon richtig! Das ist schon richtig! Das ist schon richtig! Das ist schon richtig! Oh, fuck! Rechts zu mir! Ah, klar! Warte kurz, Max! Das ist schon richtig! Das ist schon richtig! Das ist schon richtig! Noch fast noch! Ja! Noch fast noch keiner! Ich bin bei C, bitte C spawnen! Ja! 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 Wir müssen das Ziel erobern! Ja! Jetzt die Balkon ist wieder da! Komm! Ah! Vorher nach Richtung, äh... Patz! Ach, klar! Ich bin zu tief! 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 нам mit Freunden zu können! Кар! SCHムack! Ich bin zu tief! Ich hab ihn dann das Ziel an! Kein Anfänger! Kann ich da doch nicht mehr ... Zu mir. Der Obann! Achtung, kommt es heute! Sieh schon wieder. Passt weg! Zu mir. Schau rein Ich hab ihn Tragspawn Ja ich hab ihn Ich hab ihn Ich hab ihn Ah nein Ich bin tot, schon lang. Oh fuck. Man sagt doch was. Ich komm nicht weiter hier rein. Eine Farm ständig. Hey Roberti, ist das hier? Oh scheiße. Stony bei Abelkund. Ja. Auch Spawn bei C. Ach, schade. Ja, ich weiß. Manners, hör raus! Zum Kotzen, das Spiel heute. Überhaupt nichts getroffen. Gar nichts. Ich bin mittlerweile auf die SL-Gramen gewechselt. Es lief auch mit dem Wechsel ganz okay, aber... Ja, hab ich auch mal kurz gewechselt. Aber es lief nicht besser. Kein Stück. Wow. Weil ich die ganze Zeit markiere. Nein. Nein. Immer deshalb. Haben wir da? Haben wir? Ja. Schaut mal, ob ihr den Partychat nicht mehr einbeziehen müsst. Ja, der Q. Schaut euch mal kurz. Ja, ist gut. Barry, wie wärs? Sanitator? Ich? Automatisch? Was? Ja. Ja, kann man schon machen. Sehr schön. Kann ich nur mit der Automatik oben wechseln. Ja, wir müssen auf jeden Fall schneller diese Verteidigungspositionen einnehmen, gerade was Balkon und so weiter anbetrifft. Was wir in diesem Spiel komplett vernachlässigt hatten, war eine C-Balkon. Also A-Balkon waren wir manchmal, aber C-Balkon war ganz, ganz wenig von uns benutzt. Oh Gott, ganz oft. Silberkon. Genau. Ja. Ja, Richtung Ende waren wir aber, wurden wir eigentlich immer da. Ja, gegen Ende waren wir. Weil er verstreut, ja. Die haben halt ganz, ganz, äh, also am, 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 äh, in der Mitte hatten wir ganz wenig, ähm, A, und am, äh, B, und am Ende hatten wir fast gar nicht mehr A. Da müssen wir wirklich, ähm, gucken, dass wir C und A viel schneller pushen. Ähm, ich probiere jetzt auch mal die Grauben aus. Ist das wieder dein Ego aus, ne, Klass? Ja. Mal im Hochofen. Nehmt gleich ab, ey. Ah, Junge, ist auch schon peinlich, ich knallt jetzt. Ah, Junge, ist auch schon peinlich, ich knallt jetzt. Ich mach's mal nicht, regelmäßig kaputt, dann geht das. Ja. Ah, da, da, da. Jetzt bekommen wir auf jeden Fall den A-Spawn, das heißt, ich geh auch direkt mal bei A rein und geh in den Ring 1. Ja. Ich lauf zurück, C. Ja, guck mal, guck mal, dass einer, der bei C reingeht, die sofort eben Ring 1 abfahren kann, die da durchwohlen, die das große Tor. Ja. Ich bin nicht los. Okay. C. Ach, die auch C. Der bei R. Neben 3 E-D. Komm schon, sehen wir Boden. Scharf auf, hab ihn. Ach, nee, Ring 4, oder nee, Ring 2. Ey, wir haben A nicht angenommen, ne? Jo. Spann nach. A1, A2. A1, A2. A1, A2. A1, A2. A1, A2. A1, A2. A1. A1. Wirfst du dann ab? Miene, oder so. Lana, tres los, aufthop Suppe. A drin. Rjas schreit. A6 geht bei ihr. A2-A noch aufmacht. Du nicht gegen B. Lala,ally. Atom, knapp was aufwandeln. Ohkora. Eine�ste. Someone on guard'sruck. A1,izt зас الك. Der Kabine. A1,N 2. Die fl� Stitch. A1,M 1. Ja, Wien. Was für mir? Verkrankt. Hier, man. Erste Hilfe. Ich bin schon weg. Die kommt. Bring eins. Da! Feindlicher Sanitäter! Ich zieh B. Ja. Hab noch einen. Gut, wie es geht von da. Ja. Nein, komm jetzt. Die haben einen Arschkranz. Erste Hilfe! Greif zu, Mann! Kommt bei mir. Die Weg kommt B. Ach, Sniper. Kommt zu A. Kommt zu A. Zwei. Kommt zwei. Ja, ich kann nichts fahren. Ja, ich kann nichts fahren. Kommt Ring eins. Kabin. Ich pushe wieder B. Mach doch mal zu. Ist hier irgendwo. Zwei. Zwei. Kabin. 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 So, ich lasse die Bütze da nicht mehr raus. Geh auf. Geh auf. Geh auf. Alle Ziele gehören auf. Jetzt müssen wir. Halt! Das ist doch nicht gut aus. Haben sie geknackt, Männer. Das ist doch nicht gut aus. Das ist doch nicht gut aus. Ein habe ich. Nein. Nein. Aber gut, gut, gut. Sturm ist bei B. Natürlich wird der Patti mal ein bisschen reingehauen. Ja, mach dich schon zu. Mach dich schon zu. Ich bin da. Ich bin schon angehittelt. Sorge habe ich bei B. B. Das ist doch eine Flage nach vorne. Das ist doch eine Flage nach vorne. Das ist doch eine Flage nach vorne. Ich habe das noch zwei. Die Flage habe ich. Die Flage habe ich. Die Flage habe ich. Ah, Sturm noch. Sturm. Äh. Habe ich. Ja, okay. Ich habe den Pusch. Esel, das reicht die zweite vorne. Und bei mir. Alle bei B. Alle bei B. Ich verteidig das Ziel. Ich spawne aufpassen. B. 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 Nein, er hat mich gesehen. 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 Ja, okay, Zufall bringt nichts. Dann brauche ich C. Ich bin auf 10. Gasbon, okay. Er fliegt so. Ich bin auf 10. Ring 1, komm zu C-Balkon. Ah, wir fliehen gerade alles. Ja, wir fliehen gleich auch wieder. C auch. Ziel verloren! Der Feier nimmt noch einen! Ich habe das Ziel bis zum letzten, Mann! Ah, scheiße. Warte, ich versuch. Zufall kommt. Zufall kommt. Zufall kommt. Ring 1. Ich habe den Weg zu C. Oh, 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 oh. Neben der Linie noch. Äh, Ding 1, Tony. Na, hat nicht. Kommst du wieder, Marie? Ja. Vielleicht 3-1. Nee. Ja, schnell weiter, schnell weiter. Wir dürfen uns nicht abhaben lassen. Ja, es sind schon C-Balkon und so weiter. Jetzt haben sie uns hier wieder. Weitermachen! Weitermachen. Er hat C auf. Kommt C, geht drüben. Er macht's. Nee, er hat ihn noch auf ihn. Ist C live. Ah, hab nicht. Hab ihn, hab ihn bei C, hab ihn bei C. Er fliegt zu A. Nein, ich komme zu B. Nee. B im Leben. Ich mache C, Spawn auf. Warte, ich spaw gleich bei B. Ah, schade. Robin. C Spawn. Ja, aber auch nicht. Ah, nee. Außen bei C. Was, ey. Was, ey, ist das nicht so ein Stück für so viel? Ja. Warte, ich bin nicht ganz klar. Ich glaube, es geht drüber. Ich bin nicht ganz klar. Ich bin nicht ganz klar. Ich bin nicht ganz klar. Was? Ich bin nicht ganz klar. Schnell, 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 schnell auf dich. Bleib weiter einer. Gut. Ich hoffe, dass sie hier nicht verlieren. Ich hoffe, dass sie hier nicht verlieren. Ich habe Hilfe für dich. Du kannst direkt weg von mir, vor allem neben mir doch. Jetzt, jetzt. Ich habe es geschafft. Ich bin bei dir, mach es. Ja. Was? Was? Ich habe Zeug, ich habe ihn. Ich habe ihn. Es sind zwei noch hinter dir. Ja. Ich habe den. Gut. Ich habe den. Ich habe den. Ich habe ihn. Ich habe mich. Ich habe mich. Das war Max ganz schlecht. Kommt einer noch über C. Ich habe den. Ja. Ich habe den. Ich habe den. Ich habe den. Ich habe den. Ja. Ich hab ihn. Ich habe den. Ich habe ihn. Ich habe den. Ich hab ihn. Ach. Ich hab ihn schon gemacht. Ich bin er. Jetzt sind wir. Ich habe den. Wann noch etwas. Ich habe ihn schon erfahren. Ich habe den. Ja. Ich bin auf B. Erste Hilfe, Rippschon! Er ist ein Täter! Das passt! Verteil ich das Ziel! B spawn, B spawn! Granate zu B, Granate zu B! Letzte Granate! Ich kann C, kann man C! Noch einen bei B! Nein! Er hat mich bei B! 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 Ok! Probier ich C spawn! Probier ich C spawn! Hol mich auf C spawn! Ja, bitte! Nein! Er ist bei A spawn! Komm! C ist safe! Einer ist im Gang! Einer ist im Winfield! Ich habe die Granate! Danke! Wir dürfen dieses Ziel nicht kriegen! Verteidig das! Zwei! Zwei C Gang! Drei Nürn! Bist du auch genug? Ich bin noch bei A! Ich bin noch bei A! Ja! Oh, schön! Sauber! O, C! Nee! Gut, ich pusht auf B! Mit! Nee, ich mach schon! Ich mach schon! Ich mach schon! Nee, ich mach schon! Ich mach schon! Ja, ich stehe! Warte! Über die, Max! Drei Stück! Einer ist weg! Einer ist weg! Einer ist weg! Wir müssen ganz viele, Oma! Hab ihn! Hab ihn schon bei C! Tunnel! Also... Dann ist noch einer! Zwei! Ich hab beide! Ah, okay! Ich mach schon! Ich mach schon! Ja, ja! Ich bin keins! Ich versage keine Wunden! Warte noch! Warte noch! Zu spät! Da eins! Äh, eins! Ja, die sind schon bei A! Ja, die sind schon bei A! Zwei! Ah, scheiße! Ich geh zu C rüber! Pusht B! Ich krieg gleich C-Gang! Was? Ich hab dich zu dem C-Gang! C komm! Hab ich! Jo! Sv! T geht noch ein! Oh! Spann wieder D-Gang! Soll ich gerne C-Gang? C ist noch... Ah, nee! C, C, C! Ah, scheiße! Sorry! Mach Zufall! Mach Zufall! Sind da zwei drin, Achtung! Ah, ne! Ja! Hab beide bei A! Ist noch einer drin, ist markiert! Ist noch einer drin, ist markiert! Hab ihn fast! Zwei, zwei! Ah, zwei! Ah, Tür! Hab ihn, hab ihn, hab ihn! Weiter vier, zwei! Ist noch einer, ist noch einer! Box überspringen! Ich bin schon dran! Hab ihn! Nee, wird geholt, hab ich mich gesehen! Ja, C-Gang! Jungs! 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 Drei mal fliegt! Ja! Warte fliegt! Äh! Nix! Ah! Haben sie mich! Oh, A-spawn! Sturm, kommt der V! Haben keinen Spawn! Haben keinen, gut! Haben keinen Spawn! Ich bin nicht! Ich bin nicht! Ich bin nicht! Ich bin nicht! Nein! A-1! Also, Schlaf auf B! Auf bis vorne, auf bis vorne! Ja! 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 Ich bin da! Achtung! Ja! 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 Alles gut! Ja! 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 Ich bin nicht auf einem anderen Tag irgendwie. C jetzt! Auf bis, C! Ne! Geh ganz nach hinten bei C! Ich hab's bauen können. Ahhh... Man... Nei! Hinten! Ah, ne! Ami, schon auf C! Ich bin nervös werden jetzt! ich kann dir helfen für dich kamerad ich bin auf B ich bin auf B ich habe Hilfe, greif zu! ich bin auch da ich bin bei mir! 2 ach nee, C komm mal aus dem B-Spawn 2A drin dazu C, aber geht nicht nach Zufall wir müssen mehr Druck machen warum geht der von der Flagge? haltet dieses Ziel weggehen, geh zurück C ist safe ach nee, C ist einfach safe ach, wie genau ich habe immer noch A B-Spawn nein bei mir auf B, bitte habe ich bei A verfein ich das Ziel ach nee, Ausgarten spawn B Ausgarte hinten gut, dann halte die beiden vielleicht ach nee, wir müssen ja ja, ich bleibe auf B ich bin auf C gegangen A B, A B B in 2 ich bin sehr spät ja 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 hab ich ich wissen wie der aus C kommt gegen eins was war noch? gegen eins auf jeden Fall gegen eins da sind 3, gegen eins Tick all safe teilt euch schnell mit wenig zu ich bin nicht nur fass medii Oh ne. Boah. Ja. Ne, die immer noch. Oh nein. Ich spawn den Stäbe direkt. Wir sind nachgelaufen. Wir müssen wieder zurückkommen, irgendwie. Oh nein, hör raus! Was ist los? Das ist bei mir. Aufmischt. Aufmischt. Ring 1 sind wir noch. Aufmischt. Ah, das war cool. Ja, das ist einer da draußen. Wird schwierig. Ring 2. Ah, nicht noch was. Ah, flag. Ich probiere mal Zufall, vielleicht. Nein, nichts. Nein, Mann. Ja, stirbt noch. Erste Hilfe. Äh. Äh. Ring 1 irgendwo. Gott Scheiße. Ah, ich geh schon. Ich werfe eine Granate. Ja, Versorger. Gott. Ja, wer holt mich denn jetzt? Ach, Mann, ey. Ring 2. Einer. Oh, oh. Jetzt sind wir alle wieder tot, ey. Mann! Das kann man auch einfach nicht machen, dass die auf diese Scheiß-Klanger denn drauf kommen. Ja, du fliehst du hier so geil, denn. Ja. Ja. Ah, hab ihn. Ich bin bei 10. Ja. Ja. Ja, ab 3. Das geht nicht. Das geht nicht. Wir verteidigen das Ziel bis zum letzten Mann. Es ist fast, er hat 10. Oh, ich habe es halt schon. Nein, nein, nein. Ich bin bei 10. Ich bin bei 10. Ja, hab ihn. Oh, ich bin bei 10. Oh, ich bin bei 10. Oh, ich bin bei 10. Ich gebe über den Fielderarm. Ich kann neben uns spawnen. Ah, in den Fenstern steht einer. Ne, 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 hier fahren. Vorsicht Jungs, ich hab ne Granate! Schieße mal zu A rein. Zwei nix, ah ne. Eins. Sie spawnen? Ja, sowieso fertig. Ja, die fallen grad nicht mehr um. Jetzt connecten auch wieder die... Schade. Äh... Während die noch den C spawnen bekommen, wenn die jetzt hier schon nix eingenommen haben, müssen wir uns mit diesem scheiß B spawnen abklappern. So unverdient hab ich noch niemals verloren wie jetzt grade. Hm. Äh, mit der scheiß spawnen da hinten und... Äh... Ah, das war nicht nur die spawns. Alles gut. Aber erst jetzt lief's mit dem Ame. Äh... Einen halb auf Zoom reingetan. Jetzt war gut. Davor, die letzten Runden hatte ich ja immer irgendwie... 20 zu 40 und sowas zeig. Wir sind durch, ne? Wir können kommen selber. Ja, oder? Ja. Ja, ist fertig? Ah ja, klar. Ja. Gut, ich geh kurz auf die Weile, bin gleich. Boah, diese... Äh, hätte ich doch schon von Anfang an einen halb Zoom gehabt. Geht, geht nie auf Flaggen, Alter. Sondern ist immer nur am Farmen, Alter. Geht immer nur auf seine Kids, ey. Wie kann man so einen aufnehmen, ey? So, ich werd dann mal Stream beenden. Stream ist on. Sag ich nicht. Ja, eben. Also... Sehen wie...